herzlich willkommen zu goma hd skyblock die zweite folge freut mich extrem leute dass ihr dieses projekt so gefeiert habt dank für jeden daumen nach oben danke für jedes kommentar könnt ihr ja diese folge auch wieder machen wir haben heute vor also ganz kurz ich bin auf dem server gejoint habe mich auf die insel geportet bin schritt zurückgegangen bin der lava verbrannt hier ist der beweis was die zorgt verbrannte da lief die aufnahme natürlich noch nicht geil okay war einfach dumm von mir muss ich sagen aber okay wir werden jetzt uns heute drum kümmern dass wir brote backen können und dazu müssen wir erst mal ein feld anlegen allerdings ist das ding jetzt so ich mache mir jetzt erstmal eine unendliche wasserquelle und zwar mit diesem eis hier was wir bekommen haben in der letzten folge durch die challenges so ich mache jetzt hier mal so so ist ja jetzt fällt hier ein bisschen erde runter ist halb so wild ist eigentlich schon wild machen wir erst mal das jetzt sagt 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 sagen wir hier holz dazu 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 und machen hier einmal das rein und machen sagt so eine unendliche wasserquelle die brauche ich nämlich um da unten das dort abzubauen was ich eigentlich gerade alles verloren habe aber egal so ich pflanze jetzt hier mal noch mal ein baum ich hoffe der wächst so unter den umständen naja es ist zu eng leute ist zu eng wächst er hier ohne witz das sollte ich nicht skyblock wenn das ist fehlblock was ich hier mache das ist gerade ich bin gerade echt verstört weil ich gerade nur müll mache okay ich will die erde hier haben dazu muss ich ja erst mal hier irgendwie runter kommen ich hole mir mal die erde noch mit so okay okay jetzt einfach gechillt sein so einfach alles gechillt sein und es passiert nichts schlimmes sagt und sagt und wartet noch mal jetzt sagt so jetzt gehen wir nach oben so ich brauche noch ein wasser noch ein blog dazu nehmen wir mal am besten den hier noch so sagt und dann kann ich mich schon mal nach unten denken ich hoffe der baum wächst dann auch bald okay und sagt perfekt okay und jetzt tun wir noch ein bisschen koppel abbauen so komm schon ich will unten nämlich die die dinger da weg haben so und wie ihr seht haben sich hier schon andere drum herum gesiedelt hier das da alles na das ist übrigens mein schwein also das soll ein schwein drin sein habt ihr mir in die kommentare geschrieben ja aber das habe ich halt leider noch nicht so okay jetzt gehen wir runter ich will das ja halt ein bisschen hier verbreitern mit erde deswegen ich war und ich brauche holz man okay so jetzt gehen wir mal hin nein doch nicht die fakten habe ich gerade meine fackel verloren ja habe ich fuck alter fuck alter ob gott das ist so gefährlich was ich hier tue leute oh mein gott jetzt breite ich mich hier mal ein bisschen aus und das hier nehmen wir mit das wasser da mal so okay okay jetzt jetzt kommt man noch voran also ein bisschen halt na so komm schon und das hier machen wir auch weg dann bauen wir hier jetzt so eine ganz kleine trappe machen wir das doch mal weg noch dass wir auch noch so und dann okay jetzt komme ich hier in ruhe nach oben und kann das dann alles in ruhe austauschen so ich brauche hier platz und ich muss die challenges machen damit ich weiter an blöcke komme ich hoffe dieser baum wächst dann halt auch mal na das wäre da würde ich mich darüber freuen wenn der baum wachsen würde okay könnte jetzt hier farbstoff herstellen aber ich glaube es ist keine challenge und es könnte mal tag werden es wäre auch gut so habe ich nicht ich glaube ich habe mein koppel verloren was ich haben wollte also der baum müsste jetzt wachsen der baum wäre meine rettung so nett war leute deswegen ja komm schon baum schon ist das jetzt verbrannt meines hat nicht gut sagt sagt dann gehen wir nach unten und ja hier das alles will ich so 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 abgebaut haben deswegen brauche ich jetzt hier unten eine fläche es kann halt sein dass jetzt hier dann monster spawnen aber da muss ich halt mit leben so machen wir ab hier ab so 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 ok und dann brauche ich kurz was um nach oben zu kommen hier das da ja man gut na machen wir das mal weg warum das hier auch weg also ich mache das wahrscheinlich so kompliziert na so und wenn ich das weg mal fließt hier wasser ich muss das so machen obwohl ich es nicht machen will so gehen wir machen das da und das da so jetzt haben wir hier auch viel platz dann und ich bräuchte jetzt halt und ein paar bäume schießt bäume hier ein paar bäume das wäre toll so und ich muss dran denken hier nicht weil hier ist direkt das lava ja mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen außer warten bis der baum gewachsen ist leute warten bis der baum gewachsen ist und dann muss ich irgendwann mal nicht darüber bauen zu meinem schwein oder so kommen schon los brauchen ein bisschen mehr das fällt gleich die ganze insel auseinander ich sehe es kommen so 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 und so so und dann machen wir hier platz so nice und das ja auch so gut ist hier unten drunter was nein ich glaube nicht ja auch nicht doch natürlich das wasser gott war ja irgendwie klar warum okay geht weiter leute geht weiter ich hätte gerne dass der baum wächst oben der baum oben so jawoll meine gebete wurden erhört leute so kann ich mich hier fröhlich weiter ausbreiten kann es den baum hier fällen so oh man danke schön vielen dank für die blumen vielen dank wie lieb von dir so kommt schon und und sagt sagt wir haben es geschafft und setzen hier den nächsten baum hin sollte jetzt alles hier schön verschwinden dann kann ich jetzt nämlich auch hingehen und mir mal so eine stein picke machen so 1 2 und 3 gut wo habe ich in die berg bändchen ja so so gut ist ich platziert jetzt einfach hier bis sie dann auch mal im weg ist wieder dann muss ich sie wahrscheinlich wieder umsetzen so ich brauche jetzt erstmal eine fläche leute und ich brauche jetzt erstmal das da so und dann können wir zack zack machen und zack zack so dann können wir jetzt auf jeden fall auch mal die sieht es hier vermehren so und das machen wir hier an dieser seite so zack zack und zack zack so leute genau so machen wir das und jetzt haben wir hier halt die ersten sieht das ist gut wir sollten halt wachsen der da drüben hat die schon am start hier drüben ist er alle voll am ausrasten ich muss erst wieder reinkommen leute ich muss erst wieder reinkommen so und jetzt habe ich die möglichkeit mir hier eben eine bessere fläche hier zu bauen so alles eben so nach unten gesetzt weil dann spawnen da keine monster wenn ich die hier hinsetze so jawohl so gefällt mir das so so ach so stimmt wann mal is level warte mal kurz ich bin immer noch level 0 leute aber das steigern wir auf jeden fall noch sagt 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 so wird diese fläche ja kommen tun wir hier das versetzen noch ich will hier jetzt erstmal das ganze so ein bisschen abgrenzen kommt bitte lass mich einsammeln natürlich nicht das ist immer mein glück na so aber alles ok soweit jetzt haben wir hier dreimal das da noch und dann können wir uns hier schön ja es haben wir hier auf jeden fall eine schöne fläche leute haben wir hier eine schöne grasfläche den koppelstern generator den werde ich auf jeden fall irgendwann mal noch umsetzen weil ich weil ich den dann auf koppel bauen werde und auch noch ein bisschen anders aber okay so dann müssen wir gucken leute dass wir auch noch hinbekommen eine kleine mob farm zu bauen so alter ist das dein ernst jetzt dass mir das ganze zeug hier weg springt so aber okay und jetzt können wir immer abwechselnd bauen mit koppelstern und mit holz wenn sich das nicht immer auflöst und wir brauchen dann halt auch mal mehr ja getreide also ich werde ein extra feld anlegen gut das muss ich mir aber ein bisschen beeilen weil was heißt ich muss mich beeilen es dauert halt seine zeit weil ich brauch 32 brote wenn ich mich nicht täusche challenges kaktusgrün brauche ich ja auch noch für kakteen wobei die können wir schon mal setzen die kakteen dann gibt es hier verschiedene setzlinger und papier kann ich hier auch schon mal nebendran anpflanzen so machen wir hier auch noch jedes ein bisschen so so sagt 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 das dürfte aber nicht anfangen zu brennen ist noch weit genug weg von der lava so gut ist hier spawn keine monster drauf machen wir auch noch mal breiter hier so und so jetzt können wir hingehen und können mal hier dass da an pflanzen an der seite und dann machen wir noch passt auf erstmal das da so für kakteen ich weiß es sieht dann halt einfach ein bisschen ja komisch aus was ich hier baue aber es hat alles seinen sinn und zweck so die kakteen sollen ja auch wachsen deswegen machen wir jetzt erstmal hier dass das so 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 also hier wird sozusagen man kann ich das darauf setzen geht nicht also die sandblöcke die schweben dann mal so jetzt haben wir das ja auch am start weltklasse kann ich das hier hinsetzen müssen wir warten bis es gewachsen ist dann können wir es abbauen und vermehren und ja also manchmal hier das ist einfach so dass es cool aussieht so da fehlt noch was aber okay wir kommen auf jeden fall vorwärts das ist schon mal weltklasse schon mal richtig richtig gut und dann würde ich einfach mal sagen leute habt ihr noch tipps habt ihr noch irgendwelche tipps was ich jetzt hier besser machen könnte also ich will das mit den challenges da auf jeden fall weiterhin kriegen dass wir dadurch auf jeden fall besser werden sowas erwarte mal ich könnte mal noch was auch dass wir machen warte challenges so es gibt ja hier jeweils dann eis glöcke holzkohle herstellen gibt mir leder wofür brauche ich leder aber das müssen wir auf jeden fall auch mal noch machen das kennen wir 18 pilz zu können bauarbeiter erreiche level 10 und hier das mit den mobs na also ich muss mich hier halt langsam nach vorne arbeiten schön der baum ist gewachsen gut kann ich gerade keine axt machen aber das ist das nächste was ich machen werde so zack hingehen und so zack zack und eine axt ist mit am start gut so sehr schön okay es läuft es läuft leute es läuft wenn ihr bock habt können wir auch gerne mal live stream hier zu machen so sagt 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 müsst ihr halt nur mal bescheid geben ob ihr das wollt jetzt habe ich im mist gebaut dass da weg dass da dahin dass hier hin und dass hier so weil wir wollen ja nicht dass ihr monster spawnen also erstmal wollen wir das natürlich nicht so okay es ist der weg nach unten alles klar alles einwandfrei am laufen gut die setzlinge mache ich mal hier rein ja mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen außer warten weil ich bräuchte mehr erdblöcke um die farmen besser machen zu können und ja im prinzip müsste ich eigentlich offscreen farmen beziehungsweise mal in einem live stream oder so aber ja dann müsst ihr mal schreiben ob ihr das wollt und ich würde einfach mal sagen das war es mit der folge und wir sehen uns dann beim nächsten mal warte mal ich bin noch am überlegen ob ich die melone vielleicht hier anpflanzen sollte damit sich das auch schon mal einfach vermehrt das machen wir das machen wir einfach mal direkt noch so hierhin so man soll sich das auch mal hier wachsen das nehmen wir und pflanzen das mal dahin dann pflanzen wir die kürbissamen auch direkt mal an ja so und so perfekt ok ich hoffe dass wenn ich dann das nächste mal online kommen dass ich dann hier warte mal das dumme sitzt immer warte mal ich muss noch ein korrigieren ich brauche noch kurz was weil immer wenn ich spore bestätige fahr dass ich in die lava da rein springe also aus versehen weil direkt nebendran ist aber ich habe schon eine lösung leute ich habe schon eine lösung wir machen hier einfach eine half slap so zack 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 und machen hier ob man kann ich hier nicht mehr rein fallen dann ist alles gut weil mein sporn punkt der ist hier drunter also da ist der bedrockner und ich spore hier oben drauf sollten wir uns vielleicht mal merken dass das passieren könnte ich plant jetzt noch einen baum und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute haut rein und